Kopf rein! Kopf rein! Kopf rein! Das hat der Häuser getroffen! Kopf rein! Kopf rein! Wo wir unser Auto einparken wollten, haben wir Schüsse gehört beim Lade-Restaurant beim Schwedenplatz und da habe ich gesehen, wie eine Dame von einer Kugel betroffen worden ist. Ich wollte hier unbedingt helfen, die vom Auto ausgestiegen. Gegenüber vom roten Engel habe ich die Dame aufgehoben, in Casablanca reingestellt, in die Sicherheit, wo ich mich umgedreht habe, bin ich mit dem Täter Auge zu Auge gekommen. Es war ca. 4-5 Meter Abstand zwischen Luchs. Der hat auf mich gezielt. Wo er auf mich gezielt hat, habe ich am Boden eine kleine Salto gemacht. Und dann habe ich begonnen, zick-zack zu laufen. Und dabei hat er geschossen. Eine ganz kleine von der Schlottfilter-Waffe hat eine ganz kleine Kugel aus meinem Fuß getroffen. Ich habe das an dem Tat nicht bemerkt. Nachher sind wir wieder zurückgelaufen, wie man das auch auf dem Video sieht beim U-Bahn. Die zwei Personen waren wir. Wir haben gesehen, wie ein Polizeibeamter erschossen wurde durch den Täter. In dem Zeitpunkt hat jeder irgendwie einen Schock bekommen und da habe ich dem Freund Michael gesagt, Michael, egal was passiert, wir müssen den Polizeibeamten dort rausnehmen. Wir sind hingelaufen, haben die Polizei aufgehoben. Ich habe bei seinem Rücken festgehalten, mein Freund hat bei seinen Füßen festgehalten. Dann haben wir ihn zum Rettungswagen reingetragen. Ich als Türke, ich bin hier aufgewachsen, ich arbeite hier. Wir sind ein Familienbetrieb und wir wollen einfach nur Frieden. Und wir wollen nicht, dass irgendwelche Religion da reingezogen wird. Weil ich bin selber ein Moslem und habe dort mitgeholfen sozusagen. Keine Nation soll da mitgezogen werden. Terrorist ist ein Terrorist und das wird auch so bleiben. Ich habe einen Anruf von unserem Außenminister in der Früh von Meryl Çavşolo bekommen in der Früh von Türkei. Ich gebe meinen großen Dank an ihn. Er hat mich angerufen, er hat mich auch meine Gesundheit gefragt. Wir müssen sehr stark zusammenhalten, egal ob das jetzt Türken oder andere Nationen betrifft. Österreich ist eins, wir müssen alle zusammenhalten. Das kommt wirklich vom Herz, was ich sagen möchte. Bitte tut es nicht alle in einen Topf reinwerfen. Ich habe einen派el, der Äußeren. Das kommt wirklich von einem Teil der Äußeren. Das kommt überhaupt nicht mehr an. Und dann, wenn es deine Äußeren gibt, ich bin der Äußeren. Ich habe einen Ö purchasingen.